Hyper, Hyper, DJ Benny Bär ist in der Haus, Gott ist mein DJ, liebe Freunde, ich habe ja noch eine voll krasse Geschichte für euch mitgebracht, die müssen sie euch mal noch reinziehen, neulich beim letzten Jugendtag, es war ein bisschen, wir waren ein bisschen früh fertig und es war ein lauer Abend und ich bin runtergegangen an den Rhein, sehe ich da zwei junge Männer, die offenbar gerade im Begriff hat sich eine überdimensional große, spitz zu laufen, die Zigarette selber zu drehen, offenbar mit frischen Kräutern, die sie sich selbst verbrauchen und ich bin zu ihnen gegangen, habe gefragt, na, was macht ihr denn hier, sagt der eine, ich habe mir das in die Hand und ich nahm einen kräftigen Zug und ich dachte doch so bei mir, lecker, 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 heuschkal, das ist das gute Knochen, das muss doch sein gewahr, das ist auch gute E-Mail-Frau, das muss doch sein gewahr, das muss doch sein gewahr, das ist auch gute E-Mail-Frau, das muss doch sein gewahr. Ja, das ist wirklich ein Gedanke, wie ich gesagt habe, vielen Dank, übrigens, ich bin der heilige Vater, gell, sagt doch der andere, Ja, genau so muss es sein, und jetzt trinken wir einen.